Als ich Lacey das erste Mal sah, sah sie aus wie meine Großmutter. Sie hat immer gelächelt und gelacht. Wenn ich sie morgens aus ihrem Bettchen holte, hatte sie immer ein breites Grinsen im Gesicht. Sie war ein Liebesbaby. Denn Dennis und ich trennten uns, als sie eins war. Sie war zweieinhalb, als ich Ron kennenlernte. Er hat Lacey geliebt. Sie war kontaktfreudig, überhaupt nicht schüchtern. Keine Ahnung, woher sie das hatte. Ich war immer still und ihr Bruder war noch stiller. Manchmal schickten Lehrer Vermerke. Sie redete wohl etwas zu viel.